Wieder her, Leute. Hier ist mal wieder euer Wauwau. Wenn wir sehen können, bin ich in Fortnite. Eben hatte ich noch ein Spiel gespielt, das muss ich jetzt ganz schnell beenden. Den Trailer habt ihr schon gesehen. Tut mir leid, dass die Kamera zu niedrücken. Ich mache hier gerade zwei, drei Sachen gleichzeitig. Mensch, wieso kriege ich das Scheiße? Oh, eingehender Anruf. Nein, ich will nicht ablehnen, aber ich will auch nicht annehmen. Was soll ich jetzt machen? Ich stelle einfach lauter. Den Trailer schauen wir noch zu Ende. Okay, Kevin? Oh, ich bin erhüttert. Lade-Reaktät 659. Lade-Reaktät 659. Ja, welcher ist es denn? Gut. Ja, geil. Alles voll Chrom. Irgendwelche neuen Skins. Den Skins kann ich eben hässlich denen rechnen. Nope. Ähm. Was soll der erst? Die Wolke, die ähnlich war wie Kamehamehaar. Äh. Hier ist eine Scheiß Fliege. Wieso ist der Typ immer noch drin? Ja, ich will mir noch nix. Ja, gut, Leute. Hier kommt jetzt ein kleiner Cut. Weil mein Freund ruft die ganze Zeit an. Bis gleich. Ich bin eigentlich jetzt mit dem Schneiden fertig. Und damit auch, Leute, eben hatten wir den Anfang. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ja, was will jetzt meine Freundin? Sekunde, wir sehen uns. Ja, ihr habt's verstanden. Ja, ich bin bereit. Ich antworte hier kurz später. Was? Ich verstehe kein Wort. Du... Meine Ohren. Ah. Ich stelle das... Könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo? Ich höre euch nicht. Leute. Leute, ich kann euch nicht hören. Ich kann euch leider nicht mehr hören. Aus irgendeinem Grund. Digga, hier ist Ketchup an meinem Dings. Noch von gestern. Ja, ich habe es nicht abgemacht. Das klebt dich hier beim Laut- und Leise-Regler. Was spielen wir? Als wenn ich das nicht sehen könnte. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe zweimal die gleiche Waffe. Was soll ich mit dem ganzen Müll? Ja, Digga. Ich komme gleich zu dir. Und dann ist deiner weg. Ja, ja. Ja, ja. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr seid tot. Scheiße, die Sohn kommt. Scheiße, die Sohn kommt. Leute, ich bin jetzt gleich leichte Beute. Ich gehe in die Küche. Ich gehe nicht in die Küche, Leute. Ich gehe nicht in die Küche. Ich gehe nicht in die Küche. Leute, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ich kann euch nicht hören, Leute. Ah, Scheiße, ich habe ein Jumppad unter mir gesetzt. Ich fliege direkt hoch. Das war ein... Ja, das war aber ein Versehen. Hä? Hä? Habe ich das nicht gerade eben eingesammelt? Bin ich jetzt... Warte, warte, nicht schießen. Warte. Bruder, ich wollte... Hier lag eben was. Hä? Wo ist das... Nee, das kann nicht sein. Ich habe es nicht einge... Ich kann auch nicht mal auf den Slot gehen. Mein Slot ist gesperrt. Ohne runterschießen. Hey, ich habe gesagt ohne. Nein! Ich bin raus. Ich gehe kurz in die Küche, Jungs. Ich will was fressen. Was? wenn wir es nicht... Ja, ich kann mich nicht mehr sehen. Ich passe mal daraufhin. Nein! Ich bin bereit. Wenn ich das nicht veraviere, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Mikrofon ist aus, die können wir nicht hören. Jungs, ich hasse euch. Ihr seid dumm. Okay. Okay. Nicht schießen. Jungs, die ist... Ja, weil ich habe hier jemanden laufen gehört. Und da denke ich mir direkt so, what the fuck? Ich bin tot. Hilfe. Ich habe noch keine Waffen. Ich habe gar nichts. Ich habe nicht mal eine Sniper. Halt, nicht schießen. Ich will das aufnehmen. Ich schieße. Was für ein ehrenloses Stück Scheiße war das? Die Zone wird euch killen und dann den mit dem wahrscheinlich meisten Level oder wenigsten HP oder was weiß ich töten. Vorsicht. Er baut. Er baut. Er baut. Ich habe doch gesagt, das ist ein ehrenloses Stück Scheiße. Ich schaue mal, was mit meinem Thunfisch und Nudeln ist. Ich komme gleich wieder. Ich liebe Thunfisch. Ich liebe Thunfisch. Das schmeckt übelst geil. Meine Switch ist mir runtergefallen. Und ich habe das Panzerglas gest... Jungs, hört mal auf zu lachen. Die Switch ist runtergefallen. Ich habe gestern das Panzerglas abgemacht. Ja, ich weiß, aber es ist mir scheißegal, warum ihr lachen müsst. Es ist mir wichtig, dass ihr nicht lacht. Ich kann lachen, nur die Switch ist mir runtergefallen. Ich spiele jetzt mit grünen Waffen. Oh, übelst geil. Nein. Na, hör mal, Freundchen. Jungs, nicht anschießen. Nicht anschießen. Bitte, ich will kurz looten. Ist das jetzt mein Problem? Warte! Hey, wie heißt du? Anis? Janis? Tot! Ja, ist mir doch scheißegal. Wenn ich dich töte, ist es mir gut. Leute, machen wir es jetzt jeden Tag so. Wir wärmen uns erst mal auf und dann... Mh, lecker Thunfisch. Scheiße, meine Hände sind voll mit Thunfisch und ich muss den Controller in die Hand nehmen. Nee, jetzt steckt alles auf Thunfisch. Geh nicht zu ihm, das ist eine Falle. Ach, und warum schießt der dann? Joht! Und... Okay. Okay. Bye. Vielen Dank. Du kleines Fick, da Huren sind. Aber die Mikrowelle hat das ganze Öl aus dem Thunfisch gemacht. Das ist echt trocken jetzt. Hat jemand von euch Öl? Ist mir scheiße, der er kann. Vorsicht, dreh dich um. Er hat eben auf dich gezielt. Ja, ja. Stanzt er mit der Pistole, hast genau auf ihn geguckt. Ja, ist doch schön. Er ist in der Zone, er wird bald sterben. Kleiner Tipp, baut euch etwas höher, weil sonst seid ihr nicht über den Gebäuden, falls ihr dorthin musst, wenn ein riesiges Gebäude kommt. Vorsicht! Er wechselt die ganze Zeit die Waffe. Ich gucke ihm gerade zu. Ja, jetzt wird die... Du musst ihn angreifen, er hat die Spray. Er hat Fallschaden. Ja, ja. Er hat sich das Teil unten gegönnt für mehr Heal. Du musst ihn angreifen, habe ich dir doch gesagt. Ja, diesmal werde ich sie nämlich überleben. Ich werde euch Heals davon alles besorgen. Ja, ich muss kurz meine Hand noch abwischen. Handvoll Thunfisch. Ich wiederhole, Handvoll Thunfisch. Ja, es riecht übelst geil. Leute, habt ihr vergessen, den Baum zu looten? Unten beim Baum sind immer geile Sachen. Ich mache mich hier kurzen Durchgang. Nee, nee, ich meine hier unten. Und wir werden uns auch nicht killen. Nee, Leute, ich will euch noch kurz was zeigen. Hier unten ist das Rocket League Auto. Das kann an Wänden hochfahren. Ja. Halt, Jungs! Den einen habe ich schon gekillt. Digga, nee, ich komme nicht hoch. Nee, ich komme nicht hoch. Ja! Ja, ihr habt mich zuerst angeschossen. Ihr wolltet den Krieg. Ich weiß auch, was ihr damit meint. Nein, ich weiß, was ihr habt. Nee, Digger, ich wollte zum Heel rennen. Du mit deiner Uzi. Handgranate, Sturmgewehr. Nee, warte. Scherergabel, Messer, Licht. Ist für kleine Kinder nicht. Handgranate, Sturmgewehr. Mögen sie dagegen sehr. Ich wusste da direkt, was du meintest. Du meintest als Pro. Denkst du, ich bin dumm? Ich schülle gleich dich. Ich hab bei ihm. Du kleiner, gefickter Huren. Ihr solltet euch lieber Heelstuff gönnen anstatt der Sachen. Nimm einer mal den Grappler mit, diesen, äh, diesen, nicht Grappler, den Explosionsschleim-Dings da. Die Sorgen wird immer kleiner. Das wisst ihr schon. Das heißt, ihr müsst euch gleich heilen. So kenne ich meinen Jungen. Genau so. Und nicht anders. Der Thunfisch ist weg. Also, falls ihr was wollt, der ist nicht mehr da. Wo wohne ich? Ich wohne in Neumünster. Leute, hört ihr mir überhaupt zu? Leipzig ist ganz woanders. Kann es sein, dass ihr dumm seid? Das war eine Frage. Jungs, nein, kein Stress. Kein Stress, zum Geil nochmal. Ich stresse euch beide gleich. Bei dir. Spider-Man, Spider-Man, ich sitze in einem fliegendem Fahrzeug hier. Ach du Scheiße, wir steuern mal das Ding. Ja, viel Spaß. Meinst du? Ich habe Splashes. Ich habe Splashes. Ich habe Splashes. Digga, nein, warum habe ich das gemacht? Bäh. Ups. Habe ich hier nicht irgendwo noch Cola? Leute, ich fülle kurz Cola in meine Dose um, okay? Achso, Leute, ich habe gesehen. Leute, ich habe gesehen, wir haben endlich die 50 Abonnenten geknackt. Und eigentlich 51, wie mein Freund mich hier sagt. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Leute. Darf ich erst mal was trinken, bevor die Zone kommt? Was? Ich habe was getrunken. Darf man jetzt etwa nichts mehr trinken? Tilted Zone Wars. Ja, das ist kreativ. Sag mal, kann das sein, dass ihr dumm seid? Das ist eine Frage. Und wieso drehst du immer wieder da durch bei der Frage? Du kleiner, gefickter Hund. Ja, Digga, ich kann besser bauen als die beiden. Wir wollten uns eigentlich erst aufwärmen und dann wollten wir Battle Royale spielen. Damit wir uns schon mal vorbereitet haben. Warum schaue ich eigentlich immer dieser scheiß Katze zu? Warte. Nein, nein, nein. Nicht 50 Runden. Wir machen noch 3, 4 Runden und dann kommen wir Battle Royale. Nein, nein, nein. Die zwei haben immer geteamt. Wir müssen jetzt teamen. Ich kenne, wer bist du? Lukas? Digga, ist es, wenn du das jetzt bist? Ne, warte, das bist du, Lina, oder? Okay, warte, entschuldige, ich werfe Splashies. War versehen. Den anderen müssen wir. Den anderen hole ich für dich. Wer? 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 Ich habe Kohle an die Nase bekommen. Ich habe Kohle an die Nase bekommen. Ich hasse Dosen. Lukas? Lukas? Wir teamen nicht. Ich bin das nicht. Ach so, du bist unter mir. Sekunde. Warte. Warte. Mensch, ey. Dennis, Hilfe, der Typ, der ist verrückt. Ja, der Typ bei mir. Also du. Schmeiß ihn raus. Mit dem macht das nicht Spaß. Der geht immer nur auf mich. Die anderen beiden gehen auch nur auf mich. Okay, Leute, ich sehe gerade, mein Speicher ist fast voll. Das heißt dann auch, das war's denn jetzt mit dem Video. Lasst ein Like und auch da haut rein. Bis dann. Tschüss.